Hallo, willkommen zurück zum Let's Play WoW. Es wird gespielt WoW Classic, das heißt auf The Wrath of the Lich King Classic-Servern bin ich, Schattenpriester bin ich und wir sind im Ongoro-Krater bzw. noch im Ongoro-Krater, denn es wird sich jetzt gleich ändern im nächsten Schnitt. Wir hatten uns letztes Mal mit den Aufgaben im Feuersäuren-Grad beschäftigt, nämlich Sucht Ringo im Feuersäuren-Grad. Das ist episch schief gegangen, weil die Quest einfach zu doof ist bzw. ich wahrscheinlich zu wenig Rückspiegel-Action gemacht habe, um das alles dauerhaft zu überwachen. War mir etwas zu umständlich, haben wir abgebrochen. Die restlichen Gorillas hier oben, genau da oben in der Gorilla-Höhle, die habe ich dann gefarmt bzw. umgeknallt und die Pelze von denen gesammelt. Der Toba Pfadfinder, der nämlich genau hier unten steht am Eingang des Ongoro-Kraters, der wollte die von uns haben und die geben wir ihm jetzt ab. Was will ihr jetzt? Lasst euch doch nicht so leicht entmutigen, die Affen vor Ongoro aufzuspüren und sie zu besiegen. Ist keine einfache Aufgabe. Ich habe sie aufgespüren und besiegt, ja. Ihr habt also eure Kraft bewiesen und dass ihr kräftig genug seid, Ongoro zu besiegen. Das ist gut. Im Vergleich zu La Corvi war das nur eine kleine Herausforderung, aber ich will euch euren großen Sieg nicht nehmen. Ein großer Sieg, naja. Der mächtige Ucha. Was willst du denn? Während ihr Ongoro erkundet habt, sind mir ein paar Dinge aufgefallen, die einem mächtigen Jäger wie euch sicher gefallen würden. Zum Beispiel gibt es da einen gewaltigen Affen unter den Gorillas im Norden. Ihr seid schon einmal in dieser Höhle gewesen, aber dieses Mal frage ich mich doch, ob ihr die Begegnung mit ihm wohl überleben würdet. Solltet ihr meine Aufgabe annehmen. Ich nenne ihn Ucha und er ist einer der größten Söhne der Erden, Mutter. Da könnt ihr euch sicher sein. Also, da könnt ihr sicher sein. Es ist immer noch schlecht interpunktiert. Punkt sieht man als Komma und umgekehrt irgendwie hier in diesem Schriftsatz. Irgendwie ist es ganz komisch. Ist schwierig beim Vorlesen. Besiegt Ucha und bringt mir seinen Pelz. Wenn euch das gelingt, habt ihr ein Recht darauf, ein großer Jäger genannt zu werden. Habe ich ja jetzt schon, aber ist eigentlich egal. Wildtiertöter, eine Zwei-Hand-Achs, die braucht keine Sau. Und ein Wildtier-Zer-Hacker, ein Einhand-Streitkolben. Sieht schön aus, braucht theoretisch aber auch keine Sau. Aber es gibt satt Erfahrungen. Wir machen uns wieder auf in diese Gorilla-Höhle. Ja, gerade hat man schon gesehen, hier laufen allerhand Leute rum. Kein einziger Allianzler natürlich, nur Horde. Ich habe jetzt hier keinen einzigen Allianzler gesehen, obwohl ich jetzt hier schon wieder einige Zeit rumlaufe. So, weil ich ja gerade eben die Apfel von Ungoro bereits da gemacht habe. Da sind ja auch nur Horde-Spieler merkwürdigerweise entgegengekommen. Es macht so den Eindruck, als würde sich dieser Server langsam aber sicher zu einem reinen Horde-Server entwickeln. Irgendwie, es fühlt sich so irgendwie ein bisschen so an. So, heißt, wir gehen noch einmal in diese Affenhöhle und schauen dann, dass wir diesen Unschar weggeknallt kriegen. Denn, ähm, ich mache mal einen Cut so lang, ne, bis gleich. Willkommen zurück im Affenstall. Da vorne ist der Affenstall. Absolut hervorragend. Ähm, und bevor jetzt hier nur irgendwas passiert, hauen wir uns mal so einen zarten Wolf rein. Und tanken uns einmal angemessen auf. So, weil nämlich gerade laufen hier oben noch alle Buffs ab. Und das ist gerade ein Stück unlustig. Schwupps, so Ausdauer ist da. Willenskraft ist da. Was möchte ich jetzt noch? Ich möchte eigentlich alle Buffs haben. Eins, zwei, drei. Einer, Feuer. So, tanken mich nochmal auf. Genau. Oh, dann ist Abmarsch. Arcanes Elixier. Das heißt, ich kann theoretisch die Kristallkraft gleich daneben legen, ne. Ja, sobald das in zwei Minuten vorbei ist. Ich weiß nicht, ich kann das auch jetzt machen. Zwei Minuten, scheißegal. So. Das kriege ich danach. So, alles klar. Komm, Angriff. Attacke. Marsch fertig hier. Du, 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 du. Ach. Und er ruft um Hilfe. Super geil. Machen wir mal dieses Hilfenschrei gedönst, damit er nicht bis an den Corva Tunturi läuft hier. Zack, so. Was macht ihr da jetzt? Das ist eine so eine Super-Kuh von Highway to Hell. Moin. Ähm. Haben wir hoffen, dass die nicht auch dieselbe Aufgabe hat, aber wird sie wahrscheinlich. Das heißt, wir werden uns gleich mal wieder um den Boss kloppen. Würde ich mal so schätzen. Weil der Boss ist, wie wir gesehen haben, ganz in der Höhne drin. So, das hatten wir, glaube ich, irgendwann in der letzten Folge bereits einmal. Klatsch, klatsch, Gorilla-Fang-Zähne. Ich weiß nicht, warum ich diese Gorilla-Fang-Zähne mitnehme. Ähm. Es macht den Eindruck. Ähm. Als wenn man die zu irgendetwas noch gebrauchen könnte. Aber ich weiß gerade nicht, für was. Im Zweifelsfall vertickt man die im Auktionshaus. So, mal durch da. Wo ist diese Super-Kuh? Ist die auf der anderen Seite? Mal ein bisschen. Wo ist dieser scheiß Utscha? Und dieses Arschloch da vorne, der kommt jetzt sowieso gleich angeschissen. Also können wir den auch direkt pullen, zu dotten. Und da ist noch eine. So, komm her, lass mich da rein. Klatsch, 1461. Für den Priester ist das viel. Für den Magier ist das wahrscheinlich lächerlich. Aber für mich als Priester, ich fühle mich cool dabei. So, Büschel-Gorilla-Haare. Hervorragend. Den saugen wir auch noch ab. Hier stehen echt viele rum. Hier stehen echt viele rum. Hoffentlich folgt mir jetzt keiner. Folgt mir irgendwas? Ja, natürlich folgt die mir. Okay. Urunok und Utscha. Dann werde ich den jetzt nicht pullen. Weil die kommt jetzt hinten an. Und wird jetzt auf jeden Fall ihn pullen. Schieß! Will sie nicht. Sie will an den Boss ran. Damit ich das mache. Okay, pass mal auf. Dann ist mir das egal. Dann machen wir das jetzt ganz anders. Noch irgendein Elite-Affe? Da ist der Utscha. Komm. Diesmal will ich mal der Schnellere sein. Sack, dass mir ständig irgendjemand direkt meinen Boss vor der Nase wegfarmt. So, zack. So, sorry, aber jetzt kannst du mal ein bisschen warten. Letztes Mal habe ich irgendwie auf den Boss gewartet. Jetzt dürft ihr mal warten. Ganz einfache Sache. Willst du den haben? Weil ich will hier nur raus. So. Äh, tut mir leid, aber musste gerade sein. Hervorragend. Weil ich habe mich hier nicht durch die ganze Hülle durchgeballert, damit man im aller, allerletzten Moment irgendeiner von hinten oder von der Seite kommt und mir den Boss wegknallt. Sehr geil. So, dann hat das jetzt mal funktioniert. Äh, ja, sogar relativ gut, möchte man sagen. Der mal gewirkte Rose des Affen. Eine Stoffhose mit Statistiken, äh, Stats des Affen. Es gibt nichts Sinnloseres. Das Ding kannst du eigentlich direkt nur als Materialien zum Entzaubern irgendwo verwenden oder so. Ansonsten bringt das gar nichts. Oh, da oben ist Bexelbasalbei. Hallo. Hallo, liebe Liebenden. Da möchte ich aber hoch. Bexelbasalbei? Gut für Alchemie. Lecker. Unheimlich. Mhm, mhm, mhm. Warte mal, wie viel brauche ich da eigentlich? Ich brauche hauptsächlich... Ich brauche hauptsächlich Gromsblut. Und zwar All-You-Can-Gromsblut muss man theoretisch erstmal spielen, um Alchemie-Fortschritt zu machen. Aber das mache ich ein andermal irgendwann. So, erstmal möchte ich hier in Ruhe diese Aufgaben nun abschließen. Zack, zack. Kehrt zu Tova-Fahrtfinder zurück. Alles klar, dann kehren wir zum Tova zurück. Ähm, kann es ja nur noch um Stunden handeln. Ähm, ja geil, bis gleich mal. So, wieder da. Und wir sind auf dem Weg von da ganz oben wieder zurück nach hier ganz unten noch zwei 80er-Hotler entgegengekommen. Ich frage mich wirklich, was hier so viele 80er-Hotler machen. Irgendwie. Und immer jemand anders. Gibt hier irgendwas, was besonders wertvoll ist oder so? Was jetzt alle farmen? Ich verstehe es nicht. Der mächtige Utscha. Utschas Pelz. So, da haben wir Utscha. Was für ein großartiges Tier. Riesig und rot. Mit Zähnen so lang wie Dolche. Klar, Arme so dick wie Baustämme. Und schwammt so lang wie, was weiß ich. Äh, ich mach einfach mal, spul das jetzt vor. So, mhm. Ich habe gewonnen. So. Hast du jetzt noch irgendwas für mich? Nein. Gut. Hervorragend. So, dann, ähm, schauen wir uns gerade mal an, was jetzt im angrohen Krater noch anliegt. Alleine ist es zu gefährlich, liegt jetzt nur noch an. Ähm, ja, aufgrund massiver Beteiligungen sämtlicher Allianzler, nämlich, äh, gar nicht. Ähm, warte mal. Wer ist jetzt hier noch da? Wir müssen das gerade mal aktualisieren. So, es sind genau vier Leute hier drin und keiner von denen hat mir bislang geantwortet. Sogar eine 80er Jägerin. Er wird wahrscheinlich einen Kollegen durchziehen oder so. Ansonsten wüsste ich nicht, was ein 80er hier verloren hat. Hier gibt's nichts für 80er eigentlich. Ähm, aber ist ja auch egal. Ist ja deren Wurst, nicht unsere. Ähm, das Problem ist, das Problem ist, ähm, gerade mal nachdenken. Wo gehen wir denn jetzt hin? Blackrock-Dieps. Nur noch 10 von 25 Quests. Das ist natürlich ein bisschen wenig. Ähm, ich glaube, wir könnten mal versuchen, Ruf zu den Waffen-Pestländern. Das war ja ein Aufruf, den wir irgendwo mal in, ähm, entweder in Sturmwind oder in Eisenschmiede durch einen Ausrufer angenommen haben. Halt ein NPC, der dir irgendeine Aufgabe andrehen will. Die laufen da hin und wieder einfach so rum. Hingehen, annehmen, fertig. Und er hat uns folgendes gesagt. Hört her, hört her. Alle Helden werden ersucht aufzumerken. Das Königreich Sturmwind ruft zu den Waffen. Alle einsatzfähigen Individuen sind hiermit angehalten, gegen die Dunkelbedrohung durch die Geißel in den nördlichen Ländern der östlichen Königreiche zu den Waffen zu greifen. Es gibt Gerüchte über neue Bedrohungen, die sind aus den Ruinen der Pestländer. In der gemeldenden Welt sucht Kommandant Aschlam Ehrenschlag auf, der seinen Stützpunkt am Zugwindlager errichtet hat, nördlich des Alterak-Gebirges. Und da gehen wir hin. Ist gerade um die Ecke hier, ist bestimmt nicht weit. Ist zum Kotzen. Okay. Aber was macht man in diesem Fall? Man beamt sich erstmal zurück zum Minetil, weil das nämlich so ein wunderschöner Verkehrsknotenpunkt ist. Ich mag es, meinen Ruhestein dort in Minetil zu haben. Das erleichtert wirklich einiges. So. Komm. Vor einem schönen Ladebildschirm. Hallo. Hallo. So. Genau. Lass mich mal gerade schauen, dass ich hier noch irgendwas verkaufe, weil den ganzen komischen Kram, den braucht man nicht. Der mehr gewirkte Hose des Affen. Wirklich, das ist so. Sieht zwar gut aus, aber was braucht man, wozu braucht man Beweglichkeit, wenn man Stoffträger ist? Wenn man Stoff trägt, ist man eine Zauberklasse. Dann braucht man Intelligenz darauf und keine Beweglichkeit. Das ist also eine komplett sinnlose, ne, ein komplett sinnloses Gerät. So muss ich hier irgendwas elixiertes. Mungo, es gibt Schleierkugel. Die ist eigentlich ganz geil. Was ist was? Ich hau das alles weg. Das will keiner mehr haben später. Kerne der Elemente und die Essenz des Feustes, die werden wir mal schauen, dass wir die, oder die, die Gorillazähne auch, wenn wir mal schauen, dass wir die vielleicht ins Auktionshaus setzen können. Vor allem prächtiger Federbusch, das braucht man glaube ich auch für irgendwie, für irgendwas in Sachen Lederkunst oder so. So, ansonsten kommt der ganze Müll, das kommt alles weg jetzt. So, wenn wir nachher 60 sind oder so weiter, dann gehe ich noch einmal Offscreen in den Unguro-Krater, löse diese ganzen Machtkristalle ein, gegen irgendeinen geilen Kram. Da können wir ja sofort hinfliegen. Hauptsache, dass wir irgendwas Tolles, Leckeres da haben. Und dann wäre es das auch so. Auktion abgelaufen, Auktion abgelaufen, Auktion abgelaufen und Auktion abgelaufen. Toll. So. So viel zum Thema Geld verdienen im Auktionshaus. Kann ich eigentlich dieses eine Ding, was gerade keiner wollte, das kann ich eigentlich auch. Da hieß es immer, man würde so, es wäre Bedarf an Ledergegenständen, die Intelligenz und Willenskraft drauf haben. Weil als kleiner Zauberdroide hat man zu wenig Intelligenz und Willenskraft auf Lederstücken. Jetzt habe ich hier das extra als Auktionshaus gestellt und es kommt natürlich wieder. Klatsch. Und warum ist das so? Höchstwahrscheinlich wegen den Account-gebundenen Gegenständen. All die Charts, die jetzt auftauchen, sind zur Tendenz zweite Charaktere oder dritte oder so von Leuten, die schon ein 80er haben. Würde ich mal schätzen, so. Und man berichtige mich, wenn ich falsch liege, aber wenn man dann bereits irgendwelche Marken aus Instanzen hat oder so, dann kann man sich halt diesen ganzen Account-gebundenen Hilfskram leisten und dann braucht man auch die restlichen Gegenstände nicht mehr. Also, ja, fand ich damals schon einen Fehler von Blizzard, die einzuführen und finde ich auch jetzt immer noch einen Fehler von Blizzard, die einzuführen. So, weil es die gesamten Instanzen fast schon überflüssig macht. So, du musst eigentlich gar nicht mehr groß in Instanzen gehen, um mal einen besseren Gegenstand zu kriegen, weil du kannst dir das einfach mit den Account-gebundenen Sachen so zurechtklöppeln, weil die viel besser sind als alles, was du findest. Merkwürdigerweise. Warum man es so erfunden hat, um dann das gesamte Spielsystem damit auszuhebeln, also in sich selber auszuhebeln, keine Ahnung, was die damit geritten hat. So, es wäre natürlich schön, irgendwie, wenn man sowas hätte, alleine um schneller Erfahrungen zu kriegen oder so, das ist ja so ein bisschen der Knackduss an der Sache, aber müssen diese Gegenstände dann so mega mächtig sein, weiß ich nicht, sehe ich ein wenig kontrovers. So, weil ich komme ja auch ganz gut ohne die ganzen Sachen klar hier, ding, 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 dann beißt man sich da so eben durch. Also bislang hat das größtenteils funktioniert und seitdem ich Schattenpriester bin, fühle ich mich eigentlich so, dass ich diesen ganzen Account-gebundenen Kram eigentlich auch überhaupt nicht brauche, um ehrlich zu sein, weil der Charakter ist so stark genug, ich habe jetzt keine großartigen Spieligkeiten gehabt. Jo. Dann haben wir jetzt diese Zeit auch verquatscht und sagt doch mal in die Kommentare, könnt ihr mal reinschreiben, was eure Meinung bezüglich der Account-gebundenen, ankaufbaren Gegenstände ist, die sich von Charakter zu Charakter übertragen lassen, die sich in ihrer Gegenstandsstufe auch ständig der Charakterstufe anpassen, sodass man nichts anderes mehr machen muss. Ist das sinnvoll? Ist das weniger sinnvoll? Dann würde mich mal eure Meinung interessieren. Ich finde sie nicht so geil, weil irgendwie das hebelt für mich das gesamte Spielprinzip aus, neue Gegenstände und bessere Gegenstände suchen zu müssen, sich zusammenzuschließen, Gruppen für schwierige Bosse zu bilden und so weiter. Dann braucht man das alles nicht mehr, dann wird das eher so ein Singleplayer mit Leuten, die eventuell mal dabei sind und kein richtiges MMO. Also weiß ich nicht, aber na gut, ich wäre auf eure Meinung gespannt. So, und dann sind wir jetzt gleich auch im Zugwindlager. Ja, die paar Sekunden, die das jetzt noch braucht, die werde ich jetzt nicht rausschneiden. Und da gibt es Aufgaben ohne Ende von uns. Und das ist hervorragend. Richtiger, schöner Gammelstink hier. Guckt sich das einer an. Das Zugwindlager. So sieht es aus. Hervorragend. So. Yes. Und dann schauen wir mal an, was die hier so alles bieten. Erstmal kontrollieren wir all die, die keine Aufgaben für uns haben. Mal so, um zu schauen, was da alles ist. Alexi Eisendolz. Hab nicht viel Zeit zum Reden. Ich lagere hier im Zugwindlager nur kurz, um mich ein bisschen auszuruhen, ehe ich nach Herdweiler aufbreche. Ich habe gehört, dass, bevor sie alle verrückt wurden, die Leute vom Scharlow-Rund-Kreuzzug einen Magier auf ihrer Lohnliste hatten, der den Auftrag hatte, für ihre Soldaten mächtige Bögen und Schusswaffen herzustellen. Ich weiß nicht, ob er damit Erfolg hatte oder nicht. Der Kreuzzug tötete ihn, bevor auch nur eines seiner Produkte den Weg ans Tageslicht fand. Vielleicht brachten sie ihn ja um, um das Geheimnis zu bewahren. Oder sie misstrauen dem Arkan wirklich so sehr. Also sie will eine geilere Knarre haben und geht deswegen auf die Jagd in irgendeiner Weise. Sollen sie machen die Agentum-Dämmerung? Ja, die Agentum-Dämmerung ist sowas wie ein Elite-Paladin-Club. Aua. Heich. Ist sowas wie ein Elite-Paladin-Club, um die ganzen bösen Wesenheiten, die hier sind und die auch später hier sind, zu jagen und alle zu vernichten. Das heißt, wir kämpfen für das Licht, aber dunkel sind wir trotzdem. So, ähm, und das sind... Nehmt eure Ansteck-Nadel-Agentum heute entgegen. Schließt euch dem Kampf gegen das Böse an. Alles für den Dackel, alles für den Klub. Genau, so. Ansteck-Nadel-Agentum-Dämmerung. Sie möchte uns die wahrscheinlich direkt geben. Genau. Die Ansteck-Nadel-Agentum-Dämmerung. Alle, die für die Agentum-Dämmerung das Böse kämpfen, müssen unsere Ansteck-Nadel tragen. Wenn ihr eine solche tragt, erhaltet ihr das Recht, Belohnungen in Anspruch zu nehmen, die unsere Rüstmeister zu bieten haben. Während ihr die Nadel tragt, könnt ihr euch Geißelsteine von erschlagenden Mitgliedern der Geißel holen. Das sind Insignien, die sie manchmal besitzen. Beschafft euch diese Insignien, bringt sie mir. Für alle, die ihr habt, erhaltet ihr unsere Marke des Heldentums. Ehrenmarken die Agentum-Dämmerung. Okay. Schwupp, Geißelsteine. Genau, jetzt kann man hier regelmäßig diese Geißelsteine abgeben, die man kriegt, wenn man irgendwelche Viechers wegbläst. Äh, und diese Ansteck-Nadel der Agentum-Dämmerung belegt einen Schmuck-Slot. Und da wir gerade irgendwie sowieso nicht so besonders viel wichtigen Schmuck haben, ziehen wir mal die doofe Möhre aus. So, und jetzt haben wir hier oben nämlich einen Buff dazu gekriegt. Und ermöglicht den Erwerb von Geißelsteinen im Namen der Agentum-Dämmerung. Das heißt, solange wir diese Dinge tragen und hier oben irgendwelche Geißel wegpumpen, ähm, kommt es tendenziell vor, dass wir diese Geißelsteine kriegen. Und dann geben wir die ab und dann freuen die sich ganz doll und dann sind alle glücklich. So, zumindest ist das so ein bisschen der Plan. Kommandant Aschlamm-Ehrenschlag. Aschlamm, mein Freund. Junge. Willkommen in den Pestländern. Dies ist eine der gefährlichsten Grenzen in Azeroth, besonders aufgrund der sich abzeichnenden Bedrohung durch die Geißel im Norden und Nordosten. Ich bin froh zu hören, dass der Ruf, der Pflicht und der Dienst ist, der Allianz, äh, bei euch nicht auf Taubenohren gestoßen ist. Wenn ihr euch bereit seid, die Hände schmutzig zu machen, äh, was wie wo, ja, dann, äh, gibt es hier am Rand der Pestländer für fähige Helden viel zu tun. Klar. Äh, den Weg räumen. Da die westlichen und nördlichen Straßen in die Stadt von Anderhall gut befestigt sind, habe ich vor, die weniger gut verteidigte östliche Straße anzugreifen. Die Geiße verlässt sich auf den Puffer von Untoten, die Trauerhügel heimsuchen. Ähm, als erste Verteidigungslinie. Okay. Äh, wenn wir nach Anderhall vordringen wollen, müssen wir es über Trauerhügel tun. Okay. Eure erste Aufgabe besteht darin, den Weg durch die Trauerhügel zu sein. Man dünt die Masse der Skelette und Gula aus und bringt sie alle um. Geil machen wir. Das heißt, man kann Skelette, kann man Skelette und Untote überhaupt umbringen? Ich meine, die sind ja eigentlich schon, äh, umgebracht worden im Wesentlichen. Oder? Oder habe ich das irgendwie falsch in Erinnerung? Mal des Lichtbringers. In der kurzen Zeit, die ich in Anderhall verbracht habe, habe ich viele seiner Helden studiert. Einer von ihnen, Arthur der Lichtbringer. Genau, es ist Arthur Uther der Lichtbringer. Ist, ähm, einer der Hauptcharaktere, die, ähm, in der Geschichte von Workshop 3 vorkommen. Und, ähm, ist Gründer der Paladine der Silbernen Hand. Also, der Paladin-Kaste von Sturm wird ein, äh, von der Geschichte her eine sehr, sehr wichtige Person eigentlich. Ähm, ist aber tot inzwischen. Also, zum Zeitpunkt diesen Spiels ist er tot. Ähm, Uther Lichtbringer hebt sich von allen anderen ab. Nachdem er viele Jahre ein Held war, wurde er am Ende von seinem vielversprechendsten Schüler Arthas verraten. Zu seiner Ehre, äh, würde ich gerne etwas, das er verloren hat, zu seinem Grab mal bringen. Man sagte, dass der Scharlach-Rote-Kreuzzug eines seiner heiligen Relikte oben im Wachtturm in der Nähe der von Herdbeiler aufbewahrt. Geh da hin, hol es zurück. Äh, die Scharlach-Roten durchgeknallten. Na, das kann ja was werden. Naja, mal gucken. So, was möchtest du? Welden Barov von Haus Barov. Das Familienvermögen der Barovs. Mein lieber Bruder Alexey, was für ein Narr war ich doch, sein Leben zu verschonen. Ähm, ich sah dem Feind ins Gesicht einem Untoten und ließ ihn am Leben. Er spuckt aus. Und jetzt sucht er nach meinem Erbe. Das darf einfach nicht sein. Such die Besitzurkunden meiner Familie, bevor, äh, diesen niederträchtigen Bastard in seine knochigen Hände fallen. Und ich werde euch mit großem Reichtum belohnen. Sie liegen irgendwo in den Ruinen der Scholemanns. Beeilt euch. Das ist eine Instanzenaufgabe. Die werden wir wahrscheinlich nicht machen, weil wenn die in eine Instanz reinkommen, ich werde es trotzdem versuchen. Aber naja, macht euch mal keine zu großen Hoffnungen. So, habe ich da noch irgendwas? Dich da hinten? Ich habe mich noch vergessen. So. Wer bist du denn? Nathaniel Dumas. Schön. Äh, eine Plage komme über euch. Ich habe bereits viele Mal versucht, ähm, den Scharlach-Roten-Kreuzzug alleine mit Gewalt auszulöschen, doch ohne Erfolg. Daher habe ich mich entschlossen, ihnen das Leben schwer zu machen. Seid ihr, ähm, wenn ihr bereit seid, äh, zu helfen, möchte ich, dass ihr dieses Seriewerk mit der, ähm, übelsten Termiten anverseucht, die, die je gefunden wurde. Im Pestwald nahe, äh, den einst großen Stratholmen gibt, nahe dem einst großen Stratholmen, oh, das ist aber weit weg, ähm, gibt es eine Spezies, die die Seuche und auch die Geißel überlebt hat. Sie sucht ihr Hügel und erfüllt diesen Krug mit ihnen, damit wir sie darauf vorbereiten können, auf den Kreuzzug losgelassen zu werden. Wir wendet den leeren Termitenkrug an, äh, auf die Termitenhügel im östlichen Pestland an. Ja, das ist sehr weit weg. Das ist sehr weit weg. Aber eine Sache können wir auf jeden Fall noch machen. Das ist nicht so schlimm, dass sie weit weg ist. So. Wir buffen einmal durch. Erfreuen uns des Lebens. So, und dann gehen wir hier lang, die östliche Passage, die geht ja hier lang. So, weil das hier ist Osten. Da drüben, da ist der Offizielle Weg und hier ist der Gemeineweg. Und wenn ich gemein sage, dann meine ich diese Rippchen hier überall. Weil wir aber schon 56 sind, kann uns das tendenziell egal sein, weil die werden wahrscheinlich alle so nur aus den Schuhen husten hier. Genau. Klatsch. Und da kommt auch schon der erste Geiselstein. Und die wieder ganz eh scheiße. So. Ja, lachte mal. Hier, komm. Ding, 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 ding. Versuch doch, mich zu hauen. Ihr müsst jetzt gleich wegbraten. Genau. Er ist schon weg. Und du? Die ist jetzt auch weg. Hervorragend. Gibt's ja auch noch was? Komm. Komm, komm, komm. Hallo, liebes Rippchen. Klatsch. Ding, 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 ding. So. Einmal alles looten hier. Einschlagen wie eine Bombe. Ja, das ist der erste Sabern und Ghoul. Hervorragend. Und das heißt, wir werden das hier mal ein bisschen beschleunigen, ne? Ja, du kannst von mir aus rumsabbern, wie du willst. Muss ich dich jetzt pieken hier, du Sau? Stell dich von mir aus ab. Komischer Flöten, August. So. Einen Abstecher machen. Klappt auch als Priester. Auf Wiedersehen. Schwupp. So, absolut hervorragend. Du bist hier der Nächste. Oh, du hast einen längeren Laufweg zu mir. Das ist aber ein Pech. Du, Skelette wegpumpen ist immer wieder schön. So. Oh, du, du, so. Knochenfragmente, auch toll. Ähm, so. Tschüss. Oh, das geht sehr gut. Richtig gut geht das hier. Genau. Wir sind doch eigentlich viel zu groß für dieses Gebiet hier gerade. Da hätten wir viel früher hingehen müssen eigentlich. Aber es war einfach keine Zeit. Wir hatten einfach keine Zeit. Wir waren in Ferne landend, heldenhaft unterwegs. Und uns durch Raptoren, Gorillas und andere komischen Viechern und Schnetzeln. So, da hatten wir dann leider keine Zeit für irgendwelche doofen Ghule hier. Aber ihr läuft ja nicht weg, ne, Jungs? Genau. Klatsch. So, mach dich mal weg. Mana wird abgesaugt. Okay, das war auch so ein Mana-absaugendes Gift, was wir gerade hier drauf hatten. Äh, leicht unlustig. Wollen wir nachher mal drauf achten, dass wir das nicht wiederkriegen. Mal dich. Ding, 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 so. Röms, sieben von zehn. Wer hat noch nicht, wer will noch mal. Dots für alle. So, da vorne gibt es noch eine Aufgabe. Die holen wir uns gleich. Marlene Rotfart. Erstmal pumpen wir hier so ein paar von diesen Dingern weg. Einfach nur so, weil es geht. Klatsch. So. Kommt noch ein zweiter Ghule mit? Nein. Sehr schön. Klatsch, klatsch. So, ich glaube, das war auch schon das Erste, oder? Ne, ein paar Skelettschinder fehlen noch. Na gut, dann lass mich mal da rein. Äh, Marlene. Wo ist du? Hallo? Ach so, hier. Sehr schön. Marlene Rotfart. Klein Pamela. Okay. Äh, so viele von uns sind im Kampf von Deroheim gefallen. So viele starben und noch Schlimmeres. Als die Schlacht begann, versteckte ich meine Nichte Pamela und ich weiß nicht, was mit ihr geschehen ist. Ich bin nur ein wanderer Geist, aber mein Herz möchte dennoch Pamelas Schicksal kennen. Bitte, Priester, könnt ihr nach Deroheim gehen und nach ihr suchen. Es liegt im Osten hinter Garns Trauerfeld. Sucht in Deroheim nach Pamela Rotfart. Okay, ich werde sie finden. Netter Geist. Wenn ich ein Geist wäre und hier rumlaufen würde, ich glaube, ich wäre angepisst. Aber sie ist da offensichtlich einfach nur sehnsüchtig und ganz gechillt. Okay. So. Ich habe gehört, wir brauchen noch Skelettschinder, ne? So. Du. Du siehst mir genau nur noch aus. Jetzt hättest du Bock, nochmal zu sterben. So. Klatsch. Verrät mal da. Gut. Hast du gut gemacht. Hast du gut gemacht. Zack, zack. 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 Noch mal. Und das müsste dann auch der Letzte sein. Yes. Das ging noch recht zügig und erfolgreich. Wenn ihr hier mit Stufe 50 oder niedriger hingeht, würde ich ein wenig aufpassen, weil diese Untoten, ihr habt es gerade gesehen, sie saugen gerne Mana ab, treten auch gerne in Gruppen auf, ist quasi, äh, wie wenn man mal feiern geht. Die feiern auch und zwar mit euch dann als Nachtmahl oder so. Geht ganz easy. Äh, was hast du denn da? Entkräftende Berührung. Oh. Ähm. Das machen wir mal von dir weg. Geben wir dir mal meine kräftende Berührung, ne? Danke. So. Ja, viel Spaß beim Begleiten und so, weil das wird wohl eine Begleitquest sein, die sie da gerade macht. Würde ich mal schätzen. Aber jetzt hier sehe ich mal ein paar Allianzler endlich. Schön. Sehr nice. Sehr nice. So. Ich mag das, Leuten zu helfen. Ich habe hin und wieder, wenn ich gut gelaunt bin, was gerade so der Fall ist, habe ich ein Helfer-Syndrom so ein bisschen. Ja. Dem Zauberlinchen konnten wir gut helfen. So. Und dann möchte ich für dieses Mal auch die Folge beenden, nämlich beim Kommandantore. Aschlamm Ehrenschlag. Den Weg freu, ich habe dir den Weg freigeräumt. Ja, erlaubt mir eure bisherige Arbeit mit einigen Münzen aus dem Start statt vom Stromwind zu entlohnen. Ja. Und mit krass viel EP übrigens auch. So. Turm um Turm. Was gibt es hier? Durch die Verwendung eines magischen Gegenstandes einer Signalfackel können wir Ziele unserer Wahl für künftige Aktionen durch unsere Truppen markieren. Was das angeht, glauben wir, dass die Geißel die Wachturme von Underhall benutzt, um die Bewegung ihrer Truppen zu kontrollieren. Warte mal, jetzt habe ich das weggeschlagen. So. Diese Kessel speien Gifte in die Luft und verbreiten die Seuche für die Geißel im ganzen Land. Was natürlich nicht so geil ist. Die nekrotische Macht von Kelthozard ist zu stark, um diese Kessel gänzlich zu verschließen. Aber wir glauben zu wissen, wie wir sie zu unserem Vorteil nutzen können. Meine rechte Hand, die Hohe Priesterin McDonnell wird eure Kontaktperson für diesen Auftrag sein. Sie wird die Einweisung vorsetzen. Wir melden uns dabei. Okay. Also, nachdem wir hier die Straße freigeräumt haben, gehen wir einmal über die Brücke. Hier oben ist Underhall, also das verlorene Underhall, was in Warcraft 3 verloren gegangen ist. Das werden wir am nächsten Mal sehen. Und dann müssen wir noch um die Geißelkessel, genau das wäre sie, also einmal die Wachtürme in Underhall sichern. So langsam aber sicher greifen wir die Untoten an, in einer Zangenbewegung rechts herum. So, sie möchte uns jetzt was geben, genau. Möge die Machtmittel des Lichts in diesen dunklen Zeiten auf euch scheinen. Ja, ich bin doch sehr viel dunkler als die dunklen Zeiten. Das ist gar überhaupt kein Problem, meine Liebe. Viel Teufelssteinfeld. Von den vier Kesseln, die sich hier im Westen befinden, ist derjenige, der sich auf dem Teufelssteinfeld, keine Ahnung wo, befindet. Und, äh, wohl der, der dem Zugang am einfachsten ist, die Geißel hat hier Truppen mit weniger Erfahrung stationiert. Sie sollten aber trotzdem nicht unterschätzt werden. Geh zum Teufelssteinfeld, begib dich direkt dorthin, geh nicht über los. Äh, nord, nordwestig von Underhall, okay. Ähm, befasst euch mit dem Kessel-Lord, wir glauben, dass er einen Schlüssel hat. Nimm den Kesselschlüssel, äh, entnehme eine Probe des GIFs, komm damit wieder. Alles klar, machen wir so. So, so, und dann setze ich mich hier nun einmal ans Feuer und genieße ein wenig den Feierabend. Ich wünsche euch einen absolut herrlichen Abend. Hm. Bleibt mir treu, empfiehlt mich weiter. Nächstes Mal geht's mit Schattenmacht gegen die Geißel. Bis demnächst. Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss. 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 bye. Unteríяни still.